Warum bin ich so müde? Warum will ich absolut nichts tun? Warum soll ich noch hierbleiben? Was ist bloß los mit meinen Schuhen? Warum geht der Computer nicht? Warum brennt die Kerze schief? Warum ist das eigentlich wichtig? Warum bin ich so verdammt negativ? Der Computer geht nicht. Die Internetverbindung, die steht nicht. Ich habe hundertmal auf Verbinden geklickt und dann habe ich auch noch an den Scheißkatzding gekickt. So sitze ich vor dem Bildschirm und ich glotze hinein und der Bildschirm glotzt mich an. Du für zähiges Werkzeug. Du für zähiges Spielzeug. Warum will ich nicht Containern fahren? Warum sing ich lieber dieses Lied? Warum fehlt mir nichts eigenes sein? Warum bin ich so verdammt und kreativ? Der Computer geht nicht. Die Internetverbindung, die steht nicht. Ich habe die Offenlinhilfe intensiv studiert und ich habe ein Powercycle-Loch geführt. So sitze ich vor dem Bildschirm und ich glotze hinein und die Schmerze glotzt mich an. Hallo, Witzes Werkzeug. Du, Witzes Spielzeug. Doch heute, heute bringt mich der Mensch im anderen Innenleitung nicht zum Lachen.